Zwei Männer, zwei Frauen, ganz schnell, so bitteschön, so, ihr stellt euch jetzt bitte gemischt, so wie es früher bei Neuen gab, in der Schlange auf, gemischt in der Schlange, okay, so, wunderbar, du stehst dich dahinter, Arm um die Hüfte, so, Hüften, Hüfte, nicht die eigene, von, von Partner, Bezos, du da, da genau, so, jetzt fangt ihr langsam an, vor, hinter zu schunkeln, nur schunkeln, nur schunkeln, nur schunkeln, Vor, zurück, vor, zurück, wie nennt man das? Also ich würde es als typisch Nachhauseweg von Krohmann-Süge bezeichnen. Das geht für dich, Erdmorgen, wenn du 40 bist, die Hüfte, das ist Grund um 6 im Alter sein. Dankeschön, vielen Dank, unser Kandidat, vielen Dank. Dankeschön, wir feiern noch ein bisschen weiter, zurück ins Studio, Dankeschön, Döbeln, wir machen noch eine Riesenparty heute, 24 Uhr, wir haben noch 200, dreiviertel Stunden Zeit, also hier passiert noch einiges. Dankeschön an Sender, Dankeschön ans Publikum draußen am Radio, wir feiern noch, oder? Bis gleich! Ja, danke noch mal, Bötscher, für die Aktion mit meinem Auto, als ich jetzt dahinter gefahren bin, da war mein Parkplatz weg. Ich stehe jetzt kurz vor, Hörter. Aber ein bisschen loben Sie hier? Sieh, ich frag dich mal. ...gestartet, Sebastian Vettel, Robert Kubica und Nico Rosberg. Also, Bötscher, dein vorfristiges, schnellstes Geburtstagsgeschenk, auch voll reingestellt, vom Audi-Zentrum Dresden, wir haben gedacht, vier Ringe, 44. Geburtstag, fast wie Sau. Toni, du kannst jetzt nur noch richtig Gas geben. Ganz genau so ist es. Ist das geil! Geburtstag, mein Guter. Sauber sind die. Ja, die sind sauber, sie gehen ein bisschen neidisch. So. Ach, ihr seid doch völlig verrückt. Ihr seid doch völlig verrückt. Alle Leute schenken dir Blumen, die haust du nach einer Woche weg, aber wir wollen was für deine Gesundheit tun. Der Blumenstrauß, den du jetzt kriegst. Das ist frische Möhren. Wir wissen ja, du trägst keine Brille im Rissenmelk, es soll bleiben. Dankeschön. Ist fürs Alter. Da mach ich morgen die Zähne rein, dann geht's. Ganz genau. So, und jetzt kriegst du noch einen Gutschein. Und zwar bereitgestellt vom KSW Motorsport Team und vom Audi-Zentrum Dresden. Das ist ein Gutschein für eine Mitfahrt im Safety Car richtig zum Rennen auf dem Sachsenring. Nur damit du weißt, worauf du dich einlässt. Das Ding hat im Kurvenanpressdruck mindestens 2G. Wenn du rechnen kannst, wiegst du dann knapp 250 Kilogramm. Arschloch. Sei froh, dass es nicht 4G sind. Da darfst du natürlich dann schon mal kurz Platz nehmen. Ach du lieber. Und du besprichst dann mit den Jungs, wann du das einlöst. Und wir wissen, der Böttcher fährt früh manchmal mit 2G in Döbeln durch die Gage. Nur da steht in die Bullen und er macht's ping und Böttcher muss laufen. Das stimmt. So. Also das Ding ist noch ein bisschen schneller. Ach ihr seid verrückt. Du besprichst das mit den Jungs. Rede mal mit dem Toni. Besuch einfach mal die Jungs zum nächsten Rennen. Beim ADAC Formel Masters auf dem Sachsenring ist das. Toni, wann ist das genau? Am 19. September. Wow. Okay, Böttcher. Und dann die Live-Reportage, wenn du Hilfe schreitst, wenn du deine Stirn an der Frontscheibe von innen siehst. Das ist, ich find das so toll. Und das live und eher. Okay, prima. Ganz große Klasse. Du mich auch. Also, vielen herzlichen Dank. Ich bin überwältigt. Ihr wisst vielleicht, die Freunde oder die Bekannten, die mich kennen, die wissen, ich bin ein Auto nah und ich liebe alles, was vier Räder hat und schnell ist. Und sowas ist natürlich der komplette Wahnsinn. Und ich bin total begeistert. Ich freu mich sehr darauf, das mitzumachen, auch wenn ich hinterher in die Tüte höre. Es ist mir scheißegal. Das mache ich auf jeden Fall. Das lasse ich mir nicht hingehen. Vielen Dank an euch. Vielen Dank, dass euch die Zeit genommen habt, heute hier zu sein. Ich weiß, du bist noch im Training. Es ist noch viel zu tun dieses Jahr. Ja? Schönen Dank. Danke an die Dürböner Anzeiger. Danke an Audi. Danke, dass ihr das möglich gemacht habt. Ich werde auf jeden Fall live im Radio darüber berichten, wie mir es in diesem Safety gerade gegangen ist. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich kann nur sagen, vielen Dank. Ich freue mich sehr darüber. Dankeschön. So, aber nicht alles ist dein. Die Boxendamen, die dürfen wieder mitgehen. Die nächsten Boxendamen darf ich jetzt ansagen. Das sind drei bezaubernde Damen, die jetzt nach den Autos hier auf die Bühne dürfen. Also, nochmal besten Dank und wünsche euch viel Spaß mit dem Preis. Danke. 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 So, und nur ein Handschuhfach zum Reinreihen. Ich werde heute mal mehr...